Gehen wir rein. Wir dürfen nicht im Freien bleiben. Kommen die mir hinterher? Weil ich würde eigentlich gerne nach oben drauf... Da ist nämlich was. Ich würde jetzt gerade nur gucken, wie ich da oben drauf komme. Da ist aber gekommen. Kann ich das ziehen? Nein. Salpeter. Ups. Salpeter ist hierfür. Kann ich aber gerade nicht herstellen. Okay, dann lassen wir das links liegen. Da komme ich nach oben drauf. Da komme ich nicht durch. Irgendwie muss ich jetzt noch einen Weg hoch geben. Oh, er ist ja von hinten. Dass ich reingehe und rechts runter. Weil wenn ich so gucke... Yo, da ist nämlich eine Treppe nach oben. Wo sind sie? Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja. Ich... Hab mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Rechts unten leuchtet es doch alt. Los, Ugo. Alles klar. Ist offen. Gut gemacht. Alles klar. Sind das die Soldaten aus der Stadt? Ja. Aber sie waren nett. Sie wirkten nett. Sind sie aber nicht. Glaub mir. Jawohl. Wir können die letzte Stufe erreichen. Was wird denn? Was komme ich hier runter? Vorsicht. Es geht runter. Ja. Rechts unten. Wo sollte es da leuchten? Wenn du das meinst, das ist eine Werkbank. Die brauche ich ja gerade auch nicht. Oh, wir können die letzte Stufe haben. Wir brauchen nie wieder Werkzeug. Das sollte die Sache erleichtern. Blätterwerk? Eins hier oben? Eins hier oben? Ich sehe hier... Nichts. also ich habe jetzt hier nichts gesehen wo noch was leuchten könnte aber es wäre auch ungewöhnlich wenn sowas im letter offen wäre okay ja weiter sonst sei vielleicht so nötig einfach ja kann durchaus nicht einfach gewesen sein hier haben wir alles ich komme gleich garantiert irgendwo soll daten ganz langsam weiter ich weiß aber wir müssen weiter macht ihr keine sorgen wir seit peter ich kann mit peter nichts anfangen ich könnte es einmal so herstellen könnte ich jetzt der peter endlich mal mitnehmen ich brauche ich kann momentan echt nichts herstellen bringt mir alles nichts so weit ich weiß kann ich nicht herstellen das auch nicht hängt mir exakt so nicht wirklich grad was da ist jemand ich höre nichts woher weißt du das ich ich spüre es ist sinnvoll die ratten ich versuche mehr zu spüren willst du das wirklich tun ja keine sorge gut sei vorsichtig die ratten sie spüren das blut der menschen ich jetzt auch es ist wie ein geräusch ein echo und wo sind sie sie kommen wenn du willst mach ich es noch mal schon gut gehen wir vorsichtig augen offen halten sie sitzen in der falle und können nicht zurück wo sind die arbeiter die mine ist gar nicht verlassen oder ach fang nicht mit einem beschissenen aber glauben an du solltest er schiss vor dem hauptmann haben das mädchen hat ihn wütender gemacht als tausend engländer das ist echt praktisch ich möchte jeden sehen weil ich die falsche taste gedrückt habe ich vollidiot ja komm töte mich weil ich komplett falsch das gedrückt habe statt y drücke ich a und spring ja ich mache nachher den bottom ein bisschen unsensibler jetzt aber wo sind die arbeiter die mine ist gar nicht verlassen oder ach fang nicht mit deinen beschissenen aber glauben an du solltest er schiss vor dem hauptmann haben das mädchen hat ihn wütender gemacht als tausend engländer er weiter ich muss das gleich hier runter einmal scannen ganz hinten sehe ich nur ein das voll hier ne weg stand alles muss versteckt sein lauf 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 was ist ungewöhnlich die position das da seid ihr ja versteckt euch ruhig ich finde euch doch ich habe keine ahnung wo der gerade ist na sprich lieber dein letztes gebet das das war echt eine scheiß position ja toll Ah, jetzt ziehe ich ihn, jetzt ziehe ich ihn. Warte. Jetzt muss ich erst mal gucken. Du magst das, man braucht nicht die Umstände, ich will das jedes Mal löschen. Ich mach's mal was, ne? So. Weiter. Das ist hier lang, ne? Eine Tür, da oben. Amisien, mir geht's gut. Die Ratten, Myko. Sind sie eine Bedrohung? Kommen sie? Nein, sind sie tief unten? Konzentrier dich auf sie. Ich glaub, da hinten, wo da eine Soldat noch drin war, da war wahrscheinlich was versteckt. Oder? Für den Wald kämpfen keine Frauen. Hier sind sie. Ich sehe mehr von ihnen. Du machst das gut. Der hat keinen Helm. Der hat einen Helm. Die da hinten erkenne ich nicht. Der da hinten hat auch wieder keinen. Der Kopf sieht übel aus. Und du hast eine Wunde am Kopf. Boah, du bist total... Ey, dein Gesicht, das sieht echt scheiße aus, ne? Oder auch, guck mal, da oben, da hast du sogar noch eine Wunde. Also, kann man echt falsch verstehen, ne? Raus. Wir müssen raus. Vielleicht sollten wir zurück. Leise. Leise. Oh, come on. Ja, wo da drin war, bestimmt auch noch was, ne? Warte, bis der gleich weg ist. Ne, da ist gar nichts. Da ist was. Lass kurz gucken. Seid zurück. Hier runter? Wo lang läuft er, wo lang läuft er? Herr Peter. Gut, dass Herr Peter jetzt nicht mitnehmen kann, das ist halb so wild, ne? Der kommt doch gleich da oben lang gelaufen, ne? Da oben rechts, oder? Geht er da? Geht er da? Er steht da oben. Ich kann aber jetzt nicht hier hin. Da ist was. Da um die Ecke. Da komme ich nicht dran, ne? Da ist Riesen. Ich bin auch noch mal versteckt, ne? Da ist was. Aufhack, aufhack, aufhack. Die können nicht weit sein. Das ist gut. Was ist da hinten oder was? Da hinten ist noch ganz viel, ne? Ah. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Das ist auch ne Kiste. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Wenn ich hier rumlaufe. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Da ist ja ein Peter drin. Okay. Hier, meine Falltür. Ja, das ist unser Fluchtweg. Das ist nur ein Ablenkungsmanöver. Ich bin ganz ehrlich, würde ich jetzt nicht immer alles mitnehmen wollen und so kontrollieren wollen, ne? Wie ich das jetzt gerade momentan tue, würde ich viel, viel besser durchkommen. Aber ich neige halt dazu, jetzt gerade alles zu gucken, wo was ist. Irgendwann, ich will dahinten. Allein, weil ich schon zu der Kiste will, ne? Ne, ich kann nichts herstellen, ne? Nein. Man sieht auch schön, ich brauche nichts mehr an Werkzeug. Ich denke mal, weil da überall, wo jetzt ein Zukunft Werkzeug drin gewesen wäre, kriege ich in Zukunft Schrauben raus. Wenn es so sein sollte, wird es mir natürlich in Zukunft zugutekommen. Wir, wir schaffen es. Ja, und du erholst dich. So, wie komme ich jetzt hier am besten durch? Okay, der Bogenschutz bleibt aber da oben permanent stehen, ne? Der bewegt sich nicht. Befehl. No, nein. Achete, komm. Deine Richard.